Die Studie offenbart eines. Obwohl jedes Kind in Deutschland seit 13 Jahren per Gesetz das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung hat, sieht der Alltag in vielen Familien oft anders aus. Eine Ohrfeige, ein Klaps auf den Po, das ist doch völlig normal, finden viele Eltern, egal welcher Gesellschaftsschicht sie angehören. Der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Holger Ziegler und die Diplompädagogin Katharina Saalfrank widersprechen dieser Auffassung und warnen, ein Klaps oder eine Ohrfeige sind bereits Formen körperlicher Gewalt. Ihre Auswirkungen auf Heranwachsende dürfe man nicht unterschätzen. Dieser eigentliche Ruck, der durch die Gesellschaft gehen müsste, der Kindern einen gleichwertigen Platz in unserer Gesellschaft einräumt, nicht gleichberechtigt, aber gleichwertig, der fehlt mir total. Saalfrank ist Schirmherrin der Bepanthen Kinderförderung, die die Gewaltstudie 2013 der Universität Bielefeld in Auftrag gegeben hat. Der Erziehungswissenschaftler Holger Ziegler ließ dazu 900 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren befragen. Untersucht werden sollte, wie viele von ihnen schon misshandelt oder missachtet wurden und ob dies womöglich von ihrer Armutslage abhängt. Dabei kam heraus, Kinder aus prekären Lebenslagen werden häufiger und offenbar auch brutaler geschlagen als Kinder, deren sozialer Status durchschnittlich oder privilegiert ist. Über 17 Prozent der befragten Kinder aus sozial schwachen Familien gaben an, oftmals so heftig geschlagen zu werden, dass sie blaue Flecken davon bekämen. Gewalt äußere sich aber nicht nur durch Schläge, betont Ziegler, sondern auch durch Beleidigungen und psychische Herabsetzungen. Verbale Gewalt gebe es in allen Schichten, werde aber von der Gesellschaft viel zu wenig beachtet. Unsere Ergebnisse waren sogar so, dass mit Blick auf das Selbstvertrauen von Kindern, mit Blick auf ihr Wohlergehen, ihr subjektives Wohlergehen, aber auch mit Blick auf die eigene körperliche Gewalttätigkeit, die die Kinder vollziehen, das Ausmaß von Missachtungserfahrungen einen stärkeren Einfluss hatte als das Ausmaß von körperlicher Gewalt. Das hat mich stark überrascht. Die Studie zeigt, dass sozial benachteiligte Kinder häufiger von Erwachsenen verbal misshandelt werden. Doch gaben 85 Prozent aller Befragten an, dass sie es als besonders demütigend empfinden, wenn Erwachsene sie beleidigen. Auch im schulischen Umfeld spiele dies eine immer größere Rolle. Denn diese betroffenen Kinder haben relativ häufig auch von ihren Lehrern den Eindruck, unfair behandelt zu werden. Wie sich Lehrer gegenüber diesen Schülern verhalten, ihr Selbstwertgefühl somit stärken oder schwächen, werde immer wichtiger, glaubt der Erziehungswissenschaftler. Ich glaube, hier ist es schon wichtig, in welchem Ausmaß Lehrer in der Lage sind, das zu erkennen. Und flexibel und unterstützend, auch pädagogisch unterstützend, die Kinder und Jugendliche hier zu stützen und nicht zu einer zusätzlichen Bedrohung zu werden. In der Lehrerausbildung sollte darum der pädagogische Anteil mehr Gewicht erhalten, fordert Ziegler. Sein trauriges Fazit? Auch 13 Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung gehört für viele Heranwachsene Gewalt zum erschreckenden Alltag.